Ein ungeheurer Krieg, ausgelöst durch eine weltbekannte Provokation. Der Prager Fenstersturz war der Auslöser einer der schwerwiegendsten Kriege innerhalb Europas. Wenn ihr euch die tiefgreifenden Ursachen des Krieges anschauen wollt und wissen wollt, was es mit der protestantischen Union und der katholischen Liga auf sich hat, schaut euch gerne unseren ersten Teil des Dreißigjährigen Krieges an. Dieser ist für euch hier oben verlinkt. Für alle anderen hier nochmal in Kurzfassung, was passiert ist. Die Reformation durch Luther 1517 führte zu einer Spaltung zwischen den deutschen Fürsten in das traditionelle katholische Lager und das neue protestantische Lager. Der Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555, der den herrschenden Fürsten Religionsfreiheit zusicherte, sollte den Konflikt lösen. Dennoch brodelte dieser unter der Oberfläche weiter und führte zur Bildung von protestantischer Union und katholischer Liga. Da die sieben wichtigsten deutschen Fürsten den Kaiser wählten und die Lager nun in 3 zu 3 Stimmen aufgespaltet waren, spielte der siebte Start die entscheidende Rolle. Dieser war Böhmen, das von mehrheitlich protestantischer Bevölkerung bewohnt wurde, aber direkt vom katholischen Kaiser regiert wurde. Als Protestaktion gegen die Unterdrückung warfen die mehrheitlich protestantischen Fürsten die kaiserlichen Gesandten aus der Prager Burg und lösten damit eine Kettenreaktion aus. Da sich die Fürsten ihrer Provokation bewusst waren, bauten sie schnellstmöglich eine Armee auf und gewannen Friedrich V. von der Pfalz, das Oberhaupt der protestantischen Union, als Unterstützer. Damit schafft man es, die kaiserlichen Truppen, die im August 1618 auf Prag marschierten, zurückzudrängen. Der Aufstand wird durch diesen Sieg beflügelt, verbucht weitere Erfolge und steht im Juni 1619 vor Toren Wiens. Dort verlieren die aufständischen Protestanten in der Schlacht von Sablet und müssen sich zur Verteidigung Böhmens zurückziehen. Dennoch bewegt sich die ausgerufene böhmische Konfederation weiter voll auf Konfrontationskurs. Denn sie setzt den späten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Ferdinand als böhmischen König ab und bestimmt Friedrich V. von der Pfalz als dessen Nachfolger. Durch die Ersetzung eines katholischen Kaisers durch einen protestantischen König ist nicht nur die Macht der Habsburger in Böhmen bedroht, sondern die gesamte katholische Macht im Reich ist infrage gestellt. Ferdinand als deutscher Kaiser muss nun regieren und bewegt unter großen Zugeständnissen den bayerischen Herzog Maximilian I. zum Kriegseintritt, indem er ihm die Pfalz verspricht. Durch das diplomatische Geschick des Kaisers Ferdinand gelingt es ihm im Dezember 1619 mehrere protestantische Fürsten auf die kaiserliche Seite zu ziehen, indem er den Fürsten Landgewinne verspricht, sodass zum Beispiel das mächtige Chursachsen die Seite wechselt. Endgültig kippte das Pendel zur Seite des Kaisers, als am 3. Juli 1620 in Ulm auf französische Vermittlung ein Neutralitätsabkommen zwischen der protestantischen Union und der katholischen Liga ausgehandelt wurde. Da beide Versicherten nicht in die böhmischen Aufstände einzugreifen, konnte Friedrich auf keine weitere Unterstützung hoffen. Somit kann Maximilian van Baden im September 1620 mit einem kaiserlichen Ligaherr über Oberösterreich in Böhmen einmarschieren und sächsische Truppen besetzen die Lausitz. Am 8. November 1620 kommt es bei Prag zur Schlacht am Weißen Berg, die als Entscheidungsschlacht zwischen den beiden Lagern gelten sollte. Das böhmische Ständeherr wurde schwer geschlagen und daraufhin 30.000 protestantische Familien aus Böhmen vertrieben, zahlreiche Güter als Reparation eingezogen und Böhmen wieder unter Habsburger Kontrolle gestellt. Es schien, als seien die alten Machtverhältnisse wiederhergestellt, was mit der Auflösung der protestantischen Union 1621 manifestiert werden sollte. Der geschwächte böhmische König Friedrich V. zog in die Pfalz, um sich gemeinsam mit anderen protestantischen Fürsten gegen die einmarschierenden Bayern zu verteidigen, die sich ihren Lohn für den Sieg über Böhmen einverleiben wollen. Die zahlenmäßig überlegenen Katholiken gewannen die entscheidende Schlacht bei Höst am Main 1622 und die Kurwürde der Pfalz wurde auf Maximilian von Bayern übertragen. Die Hoffnung auf einen schnellen Frieden wird durch die massiven Rachegefühle der protestantischen Fürsten erschwert, die erzürnt sind wegen des harten Vorgehens gegen die böhmische Bevölkerung. Und sie erhalten Unterstützung vom protestantischen Dänenkönig Christian IV., der mehrere norddeutsche Städte gewinnen möchte und mit dem Aufbau eines 14.000 Mann starken Söldnerheers beginnt. Am 19. Dezember 1625 erhält er sogar Unterstützung vom katholischen Frankreich, welches einen starken Habsburger Kaiser verhindern will, sodass es an der Hager Allianz teilnimmt. In diesem Bündnis sind neben Frankreich und Dänemark auch einige protestantische Herrscher, England und die Niederlande, und sie allesamt betreiben eine anti-habsburgische Politik. Die Beteiligung Frankreichs an dieser Allianz zeigt, dass es in diesem Krieg nicht nur um Religion ging, sondern auch um den Kampf um die Vormachtstellung in Europa. Gemeinsam baute die Allianz ein Heer von fast 30.000 Mann auf und erzeugte daher eine massive Bedrohungssituation für den katholischen Kaiser. Dieser nimmt in der Ausnahmesituation ein Angebot des böhmischen Adeligen Albrecht von Wallenstein an, der bereit ist, auf eigene Kosten ein 50.000 Mann starkes Heer aufzubauen. Diese Entscheidung traf der Kaiser nur äußerst widerwillig, da er fürchtete, durch seine Armeeaufstellung einen neuen Krieg zu provozieren. Zu diesem sogenannten dänisch-niedersächsischen Krieg kommt es anschließend auch, da Christian IV. einen Feldzug gegen Thüringen und schließlich Süddeutschland durchführt. Die Dänen konnten zwar vorerst einige kleine Gebietsgewinne erzielen, verlieren aber am 27. August 1626 die Schlacht am Bachenberg gekrachend. Der intelligente und taktisch gute Feldherr Wallenstein konnte bis zum Sommer 1627 nach Norddeutschland vorstoßen und den Krieg zugunsten der Katholiken entscheiden. 1629 schloss Dänemark den Frieden von Lübeck und schied aus dem Krieg aus. Wallenstein bekam als Belohnung die Landesherrschaft über Mecklenburg übertragen und der Kaiser stand auf den Höhepunkt seiner Macht. Friedrich II. verabschiedete 1629 das Restitutionsedikt. Dies ermöglichte ihm die Rückerstattung aller seit 1555 von protestantischen Fürsten eingezogenen geistlichen Besitztümer, sodass also insgesamt 500 Klöster von Protestanten an Katholiken zurückgegeben werden mussten und die Katholiken praktisch uneingeschränkt über das Reich herrschten. Das Restitutionsedikt, das gesetzlich alle ausführende Gewalt auf die Seite der Katholiken brachte, stellte einen Kriegswendepunkt dar. Der schon gebrochene Widerstand der Protestanten wurde durch diese Demütigung wieder angefacht. Durch die ungeheure Wut wird ein Krieg, der nach dem überwältigten Sieg der Katholiken hätte zu Ende sein können, um Jahre verlängert und die rücksichtslose Entscheidung des Kaisers wird in den folgenden Jahren weitere tausende Tote kosten. Die Reaktion der Protestanten erklären wir euch in unserem dritten und letzten Teil zum 30-jährigen Krieg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.